was da durchgehend kommt zack zack kannst du n trick schicken ich habe hier ein Loch reingehauen ich weiß nicht wie laut die musik immer ist oder so ist ein bisschen blöd dass man das nicht mitkriegen kann ach ja so so zack zack hey das ist ja schon mal leer es hat nur noch das ding energie ich brauche mehr von den solar panels und dabei habe ich schon so viele hier stehen es verbraucht doch ganz schön energie das ganze system man 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 und die high voltage zu machen das ist so eine scheiß arbeit solange du das rezept noch nicht drin hast jetzt komme ich hier nicht durch so hast du meistenergie verbraucht wahrscheinlich ich weiß nicht was aber irgendwas hat ach guck mal hier die dinge sind doch voll warte mal ich hab die gar nicht angeschlossen ne oder doch ich glaub eigentlich schon muss ich gleich mal schauen aber erstmal den ganzen Mist den ich nicht brauch kommt weg dann kann ich mich nicht mehr nackig machen du 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 so filmen wir mal auf ich glaub ich hab die aber alle angeschlossen eigentlich und mein power tool und das ding ist schon voll 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 und voll nur die dinge hier drüben werden nicht voll die sind ja alle voll nein hier müsste ich gar keine energieprobleme haben hm komisch äh ja wie gesagt eigentlich wollen wir mal schauen hatte ich ich weiß gar nicht ob ich die hier angeschlossen gehabt oder nicht oder hab ich nur das ding da angeschlossen wenn ja dann ist das kein wunder machen wir hier mal auf so aber ich glaub nur das ding ist angeschlossen ja nur das teil dann würde ich einmal mal kurz hier alles raus rupfen wie immer so und dann würde ich das hier anschließen ich hab oben noch noch die cable habe ich kann ich die schon hier im system finden glaub nämlich nicht ähm nein ab nach oben und hat nur die wand gesehen echt geil äh oder muss ich habe ich doch keine mehr ich muss sie mehr einspeichern hm kann auch sein ne hab ich auch nicht hm na gut na gut dir ein diamant sechs glas keine 26 und silberbahn aber dann kriegt man wenigstens sechs draus und nicht nur vier mit redstone so ab nach unten da lang ich muss mich immer nur an der karte orientieren äh und silberbahn da dann zack 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 so glasfaserkabel sind eingespeichert zack zack sechs stück sind das immer dann requeste ich mir auch sechs stück nur oder zwölf stück hm ich hab so viel hier schon eingespeichert ach ja zack zack so so hm okay hier war es ja dass das beide Seiten strom versorgt das ding da jetzt warten wir nur nochmal auf die kabel Achja, kann man auch ne Runde schlafen. Boah, es verbraucht doch immer alles so viel Energie. Da sind sie gerade lang gestürmt. Garage. Garage. Ja. Ist gut. Achja. Da sind sie gewesen. Ach, da sind sie. Ich wollte schon sagen, ich kann auch Pech haben, dass sie in den anderen Kisten landen. Also in der anderen Kiste und nicht bei mir. Weil irgendwie spackt das bei mir ein bisschen rum. Zack. Angeschlossen. Dann. Die verwende ich irgendwie immer dafür. Um irgendwas zuzumachen. Ach, davon hatte ich ja noch eh. Mist. So. Zack. weg. Jetzt müsste hier überall genügend Energie eigentlich durchfließen. Aber die verbrauchen jetzt auch schon Energie. Ich glaube das meiste verbraucht das Teil. Ich bin ja auch ganz schnell der besorgt. Jetzt schon wieder. Mist. Ich bin ja auch bei mir. Da braucht das Ding echt so viel Energie. die sind hier gelandet auch gut der hat hier gar nicht gequestet da habe ich die so zack ach guck mal noch was essen ach ja ich freue mich aber dann echt wo die landen draußen ist das schon wieder dunkel vielleicht sorgt er deswegen so viel energie das vergeht doch die zeit hier und ach da waren sie ja gute nacht so ins wasser gesprungen so jetzt wollte ich mal schauen wie das denn aussieht und wieder nehme ich die hier boah bevor so ein schrankfehler hat zack 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 und wieder so oder ich nehme dann die dafür zack 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 hm dann müsste ich die umrandung aber auch nochmal anders machen muss ich schauen schon quäler boah ey was soll der scheiß sack das mit dann die also ich das dazu ko mir spiel ja so und zack mal schauen vielleicht mache ich das dach dann aus riggs muss ich sehen zack, zack, zack so aber erstmal wollte ich noch was anderes machen das wird auch zu wenig sein so dann requesten wir mal ein paar okay soll der nicht da rein so da zappelt schon wieder ein Eier an ich würde sagen das wird dann sozusagen die Eingangshalle hier natürlich wieder viel zu wenig heiß das habe ich mir nur gedacht ach ja das wird auch nicht genau genügend sein dann requeste ich mir schon mal nochmal ein bisschen 10 stacks wird reichen ups birchwort fällt naja dann machen wir mal 4 stacks ok birchwort fällt ist auch gut ist auch gut so es wird bestimmt auch wieder seine Zeit in Anspruch nehmen das hier fertig zu bauen das wird ich in der Aufnahme alles machen Bis zum nächsten Mal.